hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paraderos viel spaß dabei wurde ich habe auch falsch muss kann auch du kannst sogar wenn du zwei solche rutschen hast die miteinander koppeln okay war ich so in etappen auch was aber ja dann können wir dir nochmal bei gelegenheit weiterführen ja einmal hier links hoch und einmal da rechts vielleicht noch hoch ja oder hier so eine art verteiler platz machen so fahrladeplatz style genau hat was mega geil hast du dich schon alle die hier eben noch lagen schon runtergeschickt hast du dich schon alle runtergeschickt die hier eben noch mal okay hier war noch welche zwei liegen hier oben noch hat da wie geil und wir schleppen hier von oben nach unten die ganze zeit ja ich habe auch nicht mehr dran gedacht gehabt die seile ist natürlich aufwendig wir sollten halt gucken das war ja wir müssen demnächst auf jeden fall mal eine kleine tumor wir brauchen seile wir brauchen mehr aspirin du kannst diese seile diesen stoff kannst du auch aus fell gewinnen glaube ich sehe ich mir genau wie stoff aus fell? oh hier liegen noch zwei bäume ja ich glaube es ist das seile weil aus fell rein theoretisch in echt kannst du ja fell gerben und in streifen schneiden dann müssen wir mal gucken ob das irgendwie geht weil ich vermute wahrscheinlich nicht also man sollte allerdings wahrscheinlich ein bisschen auffassen dass man hier nicht zu viel runterjagt wird es knapp oder was? ja ich weiß nicht was passiert wenn der stapel hier zu groß wird ob das dann alles irgendwann mal wegpackt und dann macht es puff und alle sind wieder weg die landschaft zieht schon geil aus von hier oben hast du mal da runter geschaut? nö keine zeit ich muss bauen ey ist schon geil aha hier ist besuch irgendwo irgendwo hat mich da hier mit einer angeknurrt ich komme runter mit der seilbahn ja korrekt bin da hier kloppt einer gegen das haus was stimmt mit dem kollegen nicht einfach nur auf e mach unsere hütte nicht kaputt da kommen gleich noch ein paar mehr jetzt stirbt dann freuen die anderen kommen so ok einen habe ich den nehme ich schon mal mit ich mach die frau die hat schon mal ein zahn verloren noch ein zahn verloren gut hast du sie kaputt ja und leben verloren ok und leben verloren game over man schaub wie die proteine weg kommst du auf den grill mit den zähnen kannst du auch noch deine sachen verbessern ne was mit den zähnen ja mit zähne und baumarzt kannst du zum beispiel die flugzeugachse verstärken und auch mit federn kannst du sie schneller machen und sowas kannst aber nur halt eine bestimmte anzahl an verbesserungen vornehmen wird es aber kriminell ey ja ich hab mir mal trotzdem zwei rüstungsstücken gemacht dass wenn sie mich einmal geben dass ich nicht gleich umfahre ja ich hab mir mal trotzdem zwei rüstungsstücken gemacht dass wenn sie mich einmal geben dass ich nicht gleich umfahre stimmt ich habe auch noch zwei und ich habe auch noch ein stück mutantenrüstung ziehe ich auch noch an und ein bisschen echsenhaut habe ich auch noch so schon länger kein krokodil mehr gesehen haben wir sie ausgelöscht glaube ich nicht oder? unser trinken wird knapp es könnte mal wieder regnen ich überlege gerade ja genau das mache ich auch ich baue hier nochmal eben schnell was machst du? weil ich nämlich gerade habe die Schädel ähm ah land ja baumstimmen wurden alle verarbeitet oder? jo die sind schon alle weg ich wollte gerade sagen das werden sie nämlich jetzt wegge... wegge... gelingt ähm ich habe sie unten in die wandlampe irgendwie... wenn ich so von diesem baum erschrocken so mal ein bisschen licht hier reinbringen in die bude... ähm... wollen wir mal schlafen gehen wieder? ja dürfte jetzt glaube ich fast passen ich gehe mal in die... ich... ja das passt sogar ne ich komme jetzt hier habe ich gehört was mir nicht... hehehe oh gott der hat mich auch gehört lauf schneller Ferris da kommt einer mit der lampe und damit die uns mal richtig können unten können die eh nicht rein hier oben schließe ich ab und tschüss hehehehe eigentlich haben wir schon ne festung hoch ich bin da hm ich habe na erzähl den knopf nicht da zeigts nicht an er zeigt er an ich drücke ja jetzt schön durchgeschlafen so essen was trinken und dann geht es hier weiter ans bäume fällen ich habe auch mal auf speichern button gedrückt was hat... ahja stimmt speichern sollte ich auch mal zwischendurch wäre gar nicht so schlecht ich will speichern so ne findest nen button nicht? hahaha ja ich wollte es mit dem controller drücken aber das geht nicht so Schildkrittenpanzer sind leer ne oder? ja ich mach Schildkrittenpanzer hast du eigentlich deinen trinkbeutel schon? ne den wasserschlauch dann hol dir mal ein Hasenfell von unten alter voll der Mutant ähm hol dir mal ein Hasenfell von unten und guck mal wie der geht ich glaube da brauchst du auch ein Seil für ne Hasenfell oder zwei irgendwie so ich 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 gehe in derzeit bäume klatschen weh 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 schaden definitiv mehr schaden Ich ich habe grad meine baumfenachse erstmal mit zähne verbessert ich will noch mehr schaden gucken ob das auch beim bäume fällen was platz ist so hat die wäne kleiner stein höcher heute mit dem hasen feld ja oder einem refell hänge ich wieder hin wasser schlauch und zwei und den nimmst du dann wenn du den hast nimmst du den in die hand und gehst an die trinkfelder an oder kannst du den auffüllen statt selber trinken geht es auch mit dem kochtopf mit dem schildkröten geht überall dass wir schön bäume klatschen hier ich bin mir nur noch nicht sicher ob das jetzt auch wirklich was gebracht hat zum bäume fällen ok aber das kann ich jetzt erst machen wenn ich eine schildkröte drin habe oder ja oder du brauchst dir was mit dem kochtopf aus dem see was machst das fertig und nimmst dein trinkpäckchen also es ist auch rentabler weil du füllst das trinkpäckchen also den den wasser trinkpäckchen den wasser schlauch auf mit derselben portion wie du einmal trinken würdest kannst aber viermal draus trinken theoretisch lukrativer ja geht an dem sie da muss man gucken hat das ist ganz schön tricky an dem sie da geht nicht irgendwie nicht jede stelle muss man auch nicht verstehen oder ne gab da bisher umgebracht wurden bevor du da das ding aufgefüllt hast obwohl ich mit meinen schlitten hoch wobei das macht jetzt eigentlich wo ist der see ach du scheiße kommt nach hause kommt nach hause kommt nach hause was hast du gemacht hier laufen zwei mutanten rum mit besuch ganz viel wenn die uns sehen dann haben wir also ich würde schon gerne platt machen nur irgendwie gerade nicht das ist jetzt wirklich misspicking der haut dich richtig weg aber sie machen gerade weiter sehr schön gut dass ich da oben gerade weggegangen bin ein mutanten sie kommen zu dir und fünf solche weißen wo bist denn du über dir auf dem dach ach so ok ob ich bis zu unserer pfütze komme ich habe offenbar zugemacht brauchst du was zu trinken ja hast du noch hast du noch so oder ich habe ich dir so oder ich habe noch so oder ein grund ist nicht gut und mach es so wissen ich bin auch nicht die versuchen reinzukommen die spaß ja nein das bin ich habe ich abgeschlossen du kommst nicht rein ja ach du scheiße unten oben oben ich krieg die türe echt nicht auf ne weil ich abgeschlossen habe machen wir da auf danke ja ja ernst machen wir da auf machen wir da auf machen wir da zu bau am besten baumstimme davor oder sowas du weißt nicht was da draußen alles los ist doch doch hier geht's ab die randalieren alle am haus rum hier ist es eine schichter von star wars warte ich habe ein monat doch der hat die tot gemacht ja ich habe auch ein molo ich warte nur gerade bis ich immer ganz auch ach ich habe den gar nicht angezündet ich idiot ich habe es auch gerade gemerkt der ist bis hoch gesprungen gerade der eine das schön ist wenn die sich gegenwärtig hier verletzen ok schön ein bisschen pfeile schießen wie zünde ich denn an mit ähm gute frage kann ich dir gar nicht sagen doch okay für uns überströmen schon ok der erste ist down ich weiß nicht wie ich das zeug anzünder mit der selbst hast du mit der du das feuer eigentlich nicht doch das feuerzeug an was ich dachte mal elschi für linke taste der weile 11 l was so wenn man die ganzen feile wieder einsammeln so schön für zwei rüstungsteile so gefällt mir das doch und ein bisschen knochen haben wir wieder ach du scheiße jetzt haben wir ein problem warum wir sind beide rausgesprungen die türen sind beide zu und noch es jetzt haben wir uns ausgesperrt wie geil alter kommt man hier noch durchgekrochen irgendwie auch glück gehabt man kann hier noch reingehen macht bitte mal eine türe auf ja ich mach beide wieder auf ich will was oder weiter alter das habe ich nicht wirklich gemacht fällt dir was auf eine am haus du bist dahinten das dach ist weg ich habe als ich da oben stand aus versehen wahrscheinlich viereck gedrückt oder so wegen anzünden ich habe das dach gelöscht macht denn dieser kochtopf ich drücke auf c und dann hat er irgendwas was so viel arbeit umsonst nein wir hatten schon locker die hälfte was hast du denn abgebrochen das dach warum lässt sich das überhaupt nur abbrechen wenn wir schon angefangen haben zu bauen wie kacke ist das denn soll vorkommen ich meine wächst der wieder nach aber naja ja naja gut okay was soll's dann versorg dich da jetzt nochmal eben und dann würde ich sagen dann mach mal feierabend das frustet mich jetzt aus dem schon spät verdammte axt ich kann da jetzt irgendwelche früchte und so ein zocker ja da hast du dann quasi eine brühe die sette ich dich automatisch mit mal ein paar rein theoretisch kannst du ja auch in einem beutel füllen hast du jetzt getrunken oder in einem beutel du hast es getrunken getrunken hey tut euch was hmm ja dann würde ich sagen gehen wir mal speichern frustrierend echt frustrierend ey ich komm hier hoch und denke wieso ist das so hell und ich denke ja ach man ey so so wieder weiter abgeschlossen jetzt beste mir ähm so speichern gespeichert auch gespeichert ja ich drück nochmal so dann eigentlich hatten wir viel geschafft wenn ich nicht das Dach abgebrochen hätte wäre es auch sehr sehr erfolgreich gewesen so war es nur sehr erfolgreich ähm ja ich glaub war wieder eine richtig coole Aufnahme Session und denk mal die Videos sind auch spannend auf jeden Fall hat wieder richtig Bock gemacht heute dann ähm sag ich mal reingehauen wir sehen uns eigentlich in der nächsten Folge wieder und bis dahin euch einen schönen Tag noch und ciao aus 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 Vielen Dank.